Es ist soweit, Tarkov hat gewiped. Heißt, aus unserem großen PMC wird ein kleiner Timmy. Und die Community freut sich, denn die Runden in der Zeit sind meistens die lustigsten und oh boy, hatten wir Spaß. Naja, bis zum Ende wurde ein großes Upsi passiert, aber ich will nichts vorwegnehmen. Viel Spaß mit dem Video. Die Spieler sind unter Skeleton. Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab so die Idee, Schämme. Was ist die Idee? Oh, die machen die Mission, wo du das Ding-Item abholen musst, in einem weißen Container. Hier, wir können das schon weit. Ja. Oh, die dürften eigentlich tot sein. Ja, was ist die Frage? Machen wir Luki Luki? Ja. Also, wenn die nicht tot sind, weiß ich auch nicht. Ich hab einen Hochrennen sehen und ich hab dieses weiße Gebäude wirklich perfekt getroffen. Also. Also der da ist garantiert dead von mir. Und der auch. Level 20. Eine Uzi? Ich würde die Uzi nehmen, sonst kannst du ja einen 4 haben von ihm. Geil. Diese Leute, deswegen machen wir's mit dem Granatwerfer. Ist auch stylischer. Ist auch Level 19. Ja, das ist auch ein Skeff. Auf der Baustelle. Okay, der Klang ist geil, ey. Ich war schuldig. Yes. Easy. Mal gucken, weil du musst irgendwann streamen, was du Challenges machen, dann kriegen die Zuschauer bessere Drops. Ey, da für eine Sekunde dachte ich, scheiße, hab ich Factory genommen? Ich auch, ey, ohne Schatz zu helfen. Hä? Das ist viel angenehmer, da kann ich die ganze Zeit B drücken. Ey, kennt ihr? Ich weiß, viele Streamer haben das, dass sie immer den Feuermodus wechseln. Wirklich alle zwei Sekunden irgendwie. Das geht mir aber auch voll oft so. Aber das triggert mich des Todes, wenn ich das... Also wenn ich den Stream gucke, und der ist aber die ganze Zeit, den hier machen... Ich weiß nicht warum, aber ich werd sauer. Was ist denn ein Spieler? Ja, kann den nicht töten. Neben mir Steps. Ich glaub, oben auf dem Hügel. Ja. Er ist übel, glaube ich, Brüsch den. Einer down, aber ich hab noch Steps gehört. Oh, der ist ein bisschen dicker, der Zweite. Tu mich deiner Piste, Alter. Ich nader. Weiß nicht, ob die gut kam. Ich weiß aber nicht, wo genau der sitzt. War bei einem Stein direkt vor uns, aber ich hab ihn eigentlich so gut getroffen. Ich bin gerade gestorben durch Explosion. Nate? Muss. Kam aber nicht von mir. Ist tot. Nee. Weil das er so viel getankt hat, der muss ordentlich Gear haben. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer! So. Jaaaa. Er hat ne Fünferweste. Kein Wunder kam ich da nicht durch. Und der hat schon die Maske. Hey, die kriegst du doch erst der Piskieper. Sack, der Piskieper, der Lightkeeper. Direkt hab ich wieder einen Bruch. Ach Gott. Ne Zeit für euch. Ich könnte literweise Kakao trinken. Es ist so geil. Aber das Zeug macht so Fett. Wie nennst du hier Fett? Es hat halt so viele Kalorien. Milch. Warum? Warum hat etwas, was so geil schmeckt, so viele Kalorien? Oh, ja. Dann gehen wir Schimmel erstmal einen Pat-Pat auf den Kopf. Oh, Pat-Pat. Das ist doch mal ein Peak. Ich finde, der Peak braucht nen Namen. Wie nennen wir den? Ja, das Problem ist, ich brauch jetzt was zu trinken. Und essen. Ich sterbe. Oh, nice. Es kam mir gerufen, Freunde. Oh, what? Ja, du bist so ein Lacker, ey, wirklich. Ey, die neuen Scafs, die looten selbstständig. Und einfach mal ne Grafikkarte. Ist ja geil. Hans hat Nikita einen Blowjob des Tages gegeben. Was für ein Blowjob des Tages. Ich zeige Nikita ein Foto von meiner beharrten Brust und ein bisschen Füße. Und easy. Wat jetzt? Was bildst du denn? Wo sind denn alle? Was macht die lebendig? Ei, 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 ei. Ja, das funktioniert. Glauben nicht. Läuft er dann hinten, ganz hinten, ganz hinten zu den Bahngleisen. Beim Zug? Ja. Ok, doch. Wie weit ist er schon? Hinter dem Hügel, wo letztens mal der eine gesessen hat. Ha, noch nicht gecrossed dem noch. Nee. Oh, nee, der ist gecrossed. Oh mein Gott, das war's nicht du, Gott sei Dank. Ich war mir grad nicht sicher, ob ich dich erschossen habe. Nee, nee. Ah, ich hab so gezögert nach dem Schuss. Ok, ich hab den richtig gekillt. Aber das ist nicht umgefallen, der hat doch gar keinen Helm auf. Der little Hans vom Unter, der hat eine Diegel. Ja. Ist gerne vorsichtig. So. Ey, die Uzi gefällt mir. Uzi. Deiner kleinen Ketter da. Kettergosen. 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 Oh, Skeps, Skeps, Skeps. Rechts. Warn. Denks von dir auch. Das ist Reschala. Das ist Reschala. Rein, rein, rein. Unten rein. Sofort unten rein. Das ist Reschala schon? Also vielleicht ist Reschala schon tot. Ich hab dem grad nen Header gegeben. Mit Echo Round. Also ich hau nen Pankeller rein. Und dann müssen wir's so durcharbeiten. Na, die haben doch diese ZSH Helme. Da kommen wir gar nicht durch. Hm, ja. Ah, das ist ein guter Punkt. In der Sniper komm ich da durch. Weil dann brauch ich nen guten Schuss. Brauch Zeit zum Aimen. Ja, du merkst es schon. Oh mein Gott, die sind alle da unten Schimmel. Ja, aber wenn die sich beruhigen, dann kann ich die eins nach dem anderen machen. Fuck, Alter. Irgendwo ist einer weiter hinten. Ah, ist der. Ja. Die letzten zwei haben keine Helmer mehr. Ich hab keine Ahnung wo die sitzen. Ähm, wie beschreibe ich dir das? Richtung Gas-Deichen. Ja. Direkt vorne an den Gleisen. Da wo du vorhin die ganzen Scabs gelootet hast. Hm. Mhm, mhm, mhm. Oh, die kommen rein. Ja, die pushen. Einer down. Scheiße. Ist einer draußen als Akku. Äh. Er dreht mir aber den Kopf zu. Was? Entschuldigung? Ja, er ist tot. Also drei Scabs bestätigt tot. Plus Reshala vielleicht noch einen Guard. Geil. Ich schmeiß noch kurz ne Flashbang um sicher zu gehen. Ja, ist nur noch der im roten. Okay. Du hast mich erschossen. Fuck. Ja, ich bin sorry. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Aber der zweite Tag. Erster Team Kill. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Mhhh. Mhhh. Wenn die Hand schneller ist, ist das Gehorn. Mhhh. Mein Loot. Geh weg. Mhhh. 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 packt doch ein paar fette Einen. Hey guck mal, ich habe einen Jusak geschossen. Eigentlich müsste das so fett angezeigt werden. Ich finde, Schimmel sein Positioning war einfach nicht so gut. Oder Chat? Jusak!